So, damit sind wir bei der letzten Aufgabe, nämlich beanspruch Verkaufsautomaten in verschiedenen Matches. Was bedeutet, ihr müsst definitiv drei Runden spielen. Also da werdet ihr, denke ich mal, nicht vorbeikommen. Ich probiere das ganze jetzt einfach mal in Gruppenkeile, weil ich denke mal, da ist es eigentlich am einfachsten. Jetzt will ich nur gerade selber überlegen, wo ich dann landen soll, weil am besten nicht bei Brennpunkten oder wo gerade Missionen sind, weil meistens sind die Automaten ja an Gehwegen. Wenn ich gerade überlegen, wo sind überall Automaten, heieieiei. Das hat halt auch wirklich immer mit Glück zu tun, wo ein Automat gerade ist, weil die ja random sind. Es gibt zwar verschiedene feste Stellen, aber da müssen wir jetzt einfach mal gut Glück haben, sag ich mir jetzt mal. So, was anderes. Ihr habt ja gesehen, Ladebildschirm war da. Ihr wisst ja, was das bedeutet. Ladebildschirmzeit ist Likezeit, Kommentierzeit. Wer noch kein Abonnent ist, gerne ein Abo dalassen. Ich versuche euch halt jede Aufnahme zu erklären, was ihr machen müsst, wie ihr es am besten löst. Am schnellsten würde ich euch mal behaupten, aber auf jeden Fall so, dass ihr es lösen könnt. Am besten ist halt wirklich auf den Gehwegen. Die meisten Gehwege haben wir sogar direkt unter uns. Gucken, ob wir hier irgendwo, hier in dem Radius, sag ich jetzt mal so, so, oder auf dem Gehweg, ob wir da irgendwas finden. Ich glaube, man sieht die auch immer erst ziemlich spät. Hier ist keiner. Da, da haben wir noch in der Aufnahme going. No, nein, 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 nein. Ja, ich hab ihn gehabt, hehehe, sorry. wie ihr gesehen habt. Ein Automat und das Ganze müsst ihr halt in drei Runden nehmen. Es bringt nichts. Warte, oder. in verschiedenen Matches. Also heißt, ihr müsst wirklich drei Runden spielen. Wir können es ja mal gerade ausprobieren. Ich gehe jetzt einfach mal hier raus und probiere den selben Ort nochmal. Wenn die Flugroute es zulässt. Dann, das wird ja alles gespeichert. Also man muss nicht die Runde zu Ende spielen. Man kann auch einfach dreimal Gruppenkeitel fliegt in die Laufwege ab, weil meistens sind sie an Wegen. So, wir gehen nochmal rein. Und wenn ich dir schon damit helfen konnte, wie gesagt, gerne ein Abo dalassen. Die nächste Zahl unten beim Passive-Code wird kommen bei 90 Abonnenten. Da ich ja leider von einem geflext wurde. Weil ihr seht ja 8 Zahlen stehen schon da. Wir hatten die 80 Abonnenten schon, aber auf einmal waren es dann, warte wie viele waren es? Es waren kurz sogar 81 und bin dann wieder zurückgeflogen bis auf 58 Abonnenten. Was mich persönlich sehr nervt, weil ich eigentlich schon, mich freue klar, wenn ein Abonnent dabei kommt, aber man war halt so gewohnt, so alle 3-4 Tage schafft man mal 10 Abonnenten und dann eine Zahl raushauen. Ist ja auch für mich selber. So kann ich euch auch was wiedergeben. Wie gesagt, Support ist ja kein Wort. Ich meine, ich helfe euch mit den Aufgaben, sei es jetzt ein Rette die Welt oder ein Fortnite-Bett-Royal. Ich tue ja schon ein bisschen was, denke ich mal. Und wenn sich jeder denkt, ach, die Aufgaben braucht kein Mensch, dann werden wir bald nämlich ein Problem haben, weil ich bin da ehrlich, selbst ich suche auf YouTube nach den Aufgaben oder bei Google direkt. So, wir sehen, wir sind schon direkt wieder am Weg, was sehr gut ist. Hier fliegen wir auch direkt wieder runter und halt, dann müssen wir wirklich auf den Gehweg achten. Ich weiß nicht, ob da schon einer steht, aber man sieht hier halt ziemlich spät. So, gerade gucken, ob da hinten einer ist. Hier sehe ich jetzt mal keinen. Da war auch keiner. Da unten steht auch keiner. Gucken, ob da hinten wieder einer ist. Der ist wieder da. Aber jetzt bin ich natürlich zu spät. Ja, also wie gesagt, hier wäre dann... Ich werde es noch mal ausprobieren, ob da noch mal einer ist. So. Weil wenn da wieder einer ist, dann würde ich schon fast behaupten, der ist immer da. Weil ich weiß von dem Automaten in... Also eigentlich von jedem Automaten. Man hat ja irgendwann so seine Lieblingsorte, wo man landet. Und es ist eigentlich nicht immer ein Ort da. Oder... Ach, ein Ort. Der Ort ist immer da, aber der Automat ist nicht immer da. Aber wir werden jetzt einfach ein drittes Mal da landen. Aber diesmal direkt komplett... Pass mal, der hier mit mir. Geh in die Lobby rein. Ach, die Karte habe ich ja gezogen bei dem Kartenspiel von Fortnite, beziehungsweise die Trading Karten. Meine schöne Legendary. Wie gesagt, das nächste Pack, was Trading Karts betrifft, werde ich morgen aufmachen. Also noch ein Apex Set. Dann, dann... Hallo. Tja, mach jeden Tag die Aufgaben, wirst du auch den Skinner. Aber vielleicht hat er mir sogar... Tja, geschafft. Hey, guck. Bei mir. So, da wir jetzt hier sind... Ich bleibe immer noch dabei. Ab auf die Gehwege. Ich gehe jetzt hier runter. Aber das Lobby könnte natürlich auch einer sein. Aber wir bleiben jetzt echt mal hier auf dem Gehwege. Aber ich denke mal, ich habe euch jetzt schon geholfen, weil ihr seht ja schon, wo so ungefähr immer sind. So, jetzt muss ich gerade gucken. Hier sehe ich keinen. Also hier ist glaube ich kein guter Ort. Ne, hier sehe ich keinen. Da hinten sehe ich auch keinen. Direkt mal ins Rift rein. Aber wir holen uns gerade mal ein bisschen Ludwigs mit. Ja, die sind da dabei, die Gegenstände aufzusammeln, um Leben herzustellen. Also hier sieht es gerade schlecht aus. Also ich sehe jedenfalls mal keinen. Da nicht, da nicht. Ich glaube an der Tankstelle war früher auch öfters einer. Ich glaube mal gucken, ob da einer ist. Und ansonsten breche ich die Runde halt gerade ab. Oder wir gucken halt mal gerade, ob es vielleicht in Pleasant Park was ist. Ja, hier ist keiner. Ich höre auch keinen. Oder wir könnten natürlich probieren, zu Block rüber zu gehen. Weil wie ich sehe, ist da nämlich, ach nee, wir sind ja schon beim Gegner. Die sind hier eigentlich gelandet. Warte mal. Ja doch, aber wir können trotzdem mal gucken. Wenn ich so weit komme. Ich weiß nicht, warum die alle Rampen nach da bauen. Aber es könnte denselben Grund haben, weil der Block, vielleicht ist da wirklich der Automat, der immer da ist. Eigentlich kann ich mir das gucken auch sparen. Nee. Nee, da ist eine Kiste. Ich habe mir gerade gedacht, hä? Warte mal an der Tankstelle. Nee, da war schon einer. Nutze ich selber auch. Und baue noch einen Tick höher. Das sieht fast aus, als würde immer in der Block einer sein. Weil wenn die hier landen und springen auch da rüber, dann sieht der Clown deutlich hier. Wollt einer nur da hin. Oder er wollte halt da die Materialien sammeln. Ich weiß es nicht. Gucken einfach mal. Ich denke mal, da ist nichts. Dann weiß ich, an der Rennbahn war eigentlich auch immer einer gefühlt. Na, wir bauen uns ein bisschen höher. Weil wenn da nämlich nichts ist, kann ich eigentlich auch direkt vorbeifliegen. Wir sind schon fast da. Allein vom Baugen schon. So, hier haben wir den Block. Ah, ich glaube der Automat ist weg. Ich weiß auch nicht, ob er schon angezeigt wird. Also da ist schon mal nichts. Hier aufzunehmen. Ah, der rendert noch nach. Aber der Automat ist schon mal weg. Jetzt gucken wir trotzdem noch, ob er da Rennball einer ist. Ich meine nämlich ja. So, da fangen wir auch direkt schon mal an, hier noch ein paar Gegenstände mitzunehmen. Aber wie gesagt, die brauchen wir halt für die andere Aufgabe. Gucken, ob hier ein Automat steht. Ich weiß halt auch nicht genau, wo der hier immer steht. Kiste ist definitiv noch da. Hier war aber trotzdem schon einer. Hä? Was war das denn für ein Bug? Vielleicht steht hier noch einer rum? Ja, das Problem ist, ich weiß halt nicht genau, wo hier die Automaten stehen. Hier ist noch eine Kiste. Ach, wenn wir uns die pumpen, ich mach grad mal mit. Aber vielleicht ist ein Dingslauer was. Ich meine, die war immer vorm Eingang. Bei Junk. Aber wir fliegen mal grob drüber. Und direkt an der Halle. Das weiß ich auch noch. Warte. Einer war meine ich immer da am stehen. Der steht aber nicht da. Und dann stand hier draußen glaube ich auch noch einer. Nein, hier ist gar nichts. Hier ist tote Hose. Also wie gesagt, ich werde es wahrscheinlich dann, um die Aufgabe zu vervollständigen, auch bei dem Blog versuchen. Hier kann man schon auch schön Pilze fressen. Nicht fressen. So, dann würde ich sagen, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Ah, kleiner Test. Wer das Video bis zum Ende geguckt hat, einfach mal eine 5 reinschreiben. Vielleicht lasse ich mir da auch mal irgendwas einfallen. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.